dann holen wir mal das ding hier zurück hallo jetzt ich frag mich die werden während wir hier wahrscheinlich fahren werden die auf uns schießen garantiert garantiert dann werde ich zuerst hier das ding beseitigen so jetzt mal schauen jetzt schauen wir mal ja die werden auf uns garantiert schießen das mal alle drauf bringen alle drauf bringen wollte ich sagen naja lassen wir den esel da und die kommen die kommen hier die erwarten auf uns was für miese säcke was für miese säcke zurück zurück ja sowieso ist gut man 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 was was sind das für säcke hier wir müssen ja schau mal hier ich probiere mal was ich probiere mal was nein so aber hier sollen ruhig hierher kommen kommt stück näher so ist gut schieß drauf schieß sie ist doch so klappt es nicht so klappt es nicht mann 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 schnell schnell laden schnell speichern hier probieren was anderes ich probiere mal was anderes kaum nehme ich neue folge auf schon haben wir wieder problemchen hier wir haben doch hier unsere fernkämpferin so die anderen sollen nicht folgen genau aha so jetzt aber nein von hier aus triffst du schon mal nicht also da ist der radius zu niedrig aber hier hier soll es da drauf hat jetzt sehr viel gebracht hat wirklich so sauviel gebracht da kommt sie zurück ohnmächtig wie und je dankeschön wie sollen wir das denn schaffen oh mein gott ja ich kann die nur einzeln hier drauf locken und dann verkloppen ich 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 probiere es nochmal ich kann die nur einzeln hier drauf locken obwohl die halt fernkampf haben das ist voll so unfair das ist jetzt wirklich unfair na hör mal kommt her so geht es vielleicht halt dran vergessen zu nehmen wir müssen erstmal die spiders hier beseitigen so ich nehme meine drei meine drei leute mit mühsam ernährt sich das eichhörnchen mühsam ja sehr mühsam die kommen aber auch nicht mit drauf dann du sollst auch heilen das ist unfair die sind alles die sind alles fernkämpfer so ne so schaffen wir das nicht ne 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 nein so bekommen wir das nicht hin so kriegen wir das nicht hin das das schaffen wir nicht so und nochmal also an der Stelle hängen wir jetzt wirklich ein bisschen jetzt hätte ich gerne Tipps wie das denn am besten zu schaffen geht aha ich probiere nochmal was probieren geht über studieren oder was anderes kann ich jetzt nicht der hat doch diese Bombe was hatten die für einen Radius steht da irgendwie was ähm äh reichweite 12 was war denn mit dem Bogen steht da irgendwie eine Reihe range ja reichweite 10 Meter ich werde eh wieder sterben aber ich will vorher nochmal was probieren kannst du die hier hinten erreichen ne dann muss ich schon wirklich weil während die hier kommen aber das kannst du und dann schnell weg aber es bringt ja dann auch nichts ne Gott geil 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 einfach nur Hammer grad sorry Welt wird vorbereitet werden wir wohl noch öfter sehen ich will erstmal das Ding wieder vor ich will erstmal das Ding wieder vor wie sollen wir das denn machen gibt es denn Zauber die noch eine höhere Reichweite haben ähm Flamme Reichweite 2 Reichweite 10 9 9 6 8 gibt's nix 4 habt ihr noch irgendwie was Blitz vielleicht 6 oh Reichweite 15 Missbildung zwingt einen einzelnen Gegner zur Flucht ah toll ja brauchen wir jetzt auch grad Funke ne oh guck mal hier Reichweite Wesen festhalten klasse Reichweite 12 wie sollen wir das denn jetzt gescheit hinbekommen ich schick nochmal hier meinen ah ja ist halt Dungeon Siege ist halt Dungeon Siege ich weiß gar nicht ob wir hinten überhaupt langen müssen vielleicht können wir jetzt auch überspringen aber ich möchte ich nehme die Herausforderung jetzt an ich will das jetzt machen ich will das packen aber wenn wir so einen Heiler mitnehmen bringt's ja auch nix weil der kann sich da ja eh nicht hinterm nackheimververstecken der wird auch hier getroffen wenn er hier draufsteht man 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 das ist jetzt grad tricky erstmal das beseitigen so ich werde das wohl öfter mal zwischenspeichern aber zum werfen haben wir auch nix wir haben ne wir können wir haben gar keine Wurfmesser oder sowas ja wir können jetzt höchstens hier versuchen jetzt erstmal wieder zurück genau das haben wir die spinnen nämlich alle hier drauf und können wir ja aber jetzt können wir so machen so schaut mal zu schaut zu und lernt oder auch nicht so jetzt haben wir wenigste spinnen schon mal beseitigt immerhin na gut auch wenn er hier auch ohnmächtig ist immerhin das ist ja noch wir wiederbeleben deswegen haben wir so wenig heilung so so und nochmals so die spielen sind schon mal weg gut wie geht wie fahren wir jetzt weiter vor soll ich mich wieder nehmen ich nehme erstmal mich obwohl wir könnten mal probieren den crema da hinten zu beschwören geht das hoch falscher charakter ausgewählt nein die reichweite reicht nicht wir nehmen den aber mal mit wir nehmen den mal mit so jetzt langt es jetzt beschwören wir hinten den crema vielleicht greift der dann die fässer wenigstens mit an so jetzt aber wieder zurück jetzt kann der crema sich nämlich ein bisschen in die fische ja na man das war jetzt falsch das war jetzt falsch das ist wirklich die ganze Zeit ha jetzt nehme ich die ganze Zeit Haltrenke und der schlägt dann da hinten alleine schnell komm schon komm schon ja zu spät zu spät Mist 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 Gott wie sollen wir das denn machen verdammte Kacke verdammte Axt das schaffen wir doch nie guck mal ich lad wieder njam 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 wie sollen wir den Scheiß hinbekommen mir reicht jetzt ich nehme erstmal meine drei Nahkämpfer mit so weil hier hinten das erreichen wir ja auch nicht was bringen denn die Fässer wenn wir die da hinten nicht erreichen können ist die Reichweite zu niedrig voll der Kack voll der Kack voll der Scheiß was macht was macht ihr denn die saufen die können nur die ganze Zeit trinken was anderes können die ja grad grad gar nicht machen wo sterben die ja sie können gar nicht sie können gar nicht schlagen das geht ned ne wie soll ich das denn nehme ich die jetzt mit wieder ach klasse na toll ne ne wie sollt das schaffen wir ned das schaffen wir ned das ist unmöglich was stellen die denn uns da in den Weg verkacktes Spiel ey sorry so auch wenn die halt wenn die hier drauf sterben ist ja nicht schlimm dann holt sie zurück und dann belebe sie grad wieder aber wenn die da hinten auf dem auf dem Ding da sterben das ist doch kacke das ist scheiße so und jetzt zurück so jetzt belebe ich die grad wieder hier immerhin haben wir schon mal die Fässer hinten vielleicht ein bisschen Schaden verursacht die dürften bloß ned sterben und jetzt extra deswegen leicht einzustellen hab ich auch keinen Bock und auf Cheaten erst recht ned mühsam wie gesagt mühsam ernährt sich das Eichhörnchen wir probierens mal und ja wir werden die Folge verteidigt nur hier an der Stelle stehen es tut mir leid ich weiß nur was ich machen soll boah das ist ja noch voll viel wir werden jetzt einzeln die Gegner abgrasen wir werden einzeln die Gegner abgrasen das andere kann ich nicht tun bisschen schlagen dann schnell wieder drauf gehen dann da drauf sterben vielleicht so jetzt geht's wieder drauf komm her im spinnchen ja du sollst doch auch hier oh man 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 so immerhin zack ja bravo wechselt zu erstaunlicher Kopfhammer ja gut so es dauert jetzt das dauert jetzt macht was ihr wollt ihr könnt die Folge vorspulen wir werden jetzt einfach nur hin und her fahren und die scheiß Viecher hier killen ich anders geht's ned wo haben wir denn wenigstens noch was oh ohne Halt rein geht's natürlich schlecht ne Jungchen und wieder zurück ähm verreck verreck elendig ich Mann so Haltrenke und der durch den angeklickt jetzt bla 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 die Folge hat wirklich so seinen Haken grad die geht die geht mir grad bisschen auf die Nerven so spitzen bald mal ein paar so nein der Esel kommt nicht oh Gott sei Dank ich dachte schon der Esel kommt mit so speichern wir zwischendrin wieder was soll ich denn sonst machen was was soll ich machen ich kann jetzt nicht ich möchte die aber auch jetzt nicht liegen lassen weil die Herausforderung nehme ich an die haben sie mir jetzt gestellt die Hersteller und das möchte ich jetzt auch machen hier den haben wir gleich so der erste ist weg na irgendwie funktioniert das manchmal jetzt so viel Haltrenke verbrauchen wir denn nein so geht das nicht wir verbrauchen jetzt so viele Haltrenke außerdem brauche ich die glaube ich nicht mitnehmen ich brauche die glaube ich nicht mitnehmen komm wir wir laden hier nochmal alles komm es bringt nichts ich nehme die jetzt nicht mit dahinten ist mir jetzt zu stressig zu blöd einfach vielleicht gäbe es dahinten eine epische Waffe oder sowas aber ich bin eh im Haltrankmangel wir gehen hier wieder ganz zurück da war irgendwo ein Weg ich weiß dass da noch ein Weg ab ging ne wir müssen hier lang we must go here oh fick dich doch sorry man oder ging es hier noch irgendwo lang wartet wartet ich glaube es könnte ich ich was anderes fällt mir das nicht ein ich probiere es nochmal ich lasse mal kurz hier so hier geht hier rüber so Mann oh Mann ist das eine Wurst ey was aber was für eine so ich glaube hier hinten ging es noch woanders lang ich bin mir nicht sicher wenn nein dann dürft ihr mich schlagen dann dürft ihr mich schlagen ich habe das Gefühl hier ging es wahrscheinlich doch nirgendwo mehr lang kamen wir nicht von hier ja vielen Dank Dungeon Siege vielen Dank für dieses schwere Spiel manchmal spielt das Leben nicht mehr so fair ich kann nicht singen und singe verquer oder Moment war das hier ähm das könnte ich weiß nicht ob wir hier jetzt wieder zurück gehen ist mir egal ist mir egal ich will jetzt einfach mal gucken ob es noch einen anderen Weg gibt oder ob wir da vorbei müssen wenn wir da wirklich vorbei müssen ja dann müssen wir da vorbei ja wir müssen glaube ich da vorbei ja da genau wir müssen vorbei weil das bringt hier nichts ich weiß nicht was das hier soll ach doch da jetzt sehe ich es ich stelle das Gas da aus na wir müssen hier vorbei wie soll ich das denn machen Jungs und Mädels ich stelle mich hier vor einer Herausforderung von einer richtig scheiß Herausforderung das können wir doch nie packen ja da sind die Fässer klar aber wir haben jetzt eine Reichweite um die zu erreichen also ich muss sagen äh die Dark Souls Spiele sind schwer aber nie unfair nie sind sie unfair und dazu muss ich jetzt schon sagen ist es sehr sehr scheiß unfair also ein unfaires Spiel konnte man hier erstmal gar nicht machen ach da haben wir noch was verpasst geht es da vielleicht noch ein bisschen lang aber ich glaube wir müssen eh wir müssen eh da hinten rum ein einmal ja da hinten sind aber auch noch Problems wir laufen jetzt einfach mal den Weg ab vielleicht kommen wir da hinten ja irgendwo anders noch hin ja ihr Pisser ihr Dreckssäcke sterbt nur ich hab keinen Bock mehr auf euch ja ist wieder so eine Art Taverne oder so eine Magier sterben wir zu schnell weg wenn ich sie da mitnehmen die können zwar heilen aber wenn ich sie da hinten positioniere ne es dürfte alles nicht gehen es dürfte nicht klappen ich weiß nicht wie ich das machen soll ich hab keine Ahnung was ich da noch machen soll erst mal feite ich hier jetzt nochmal ein bisschen das wird halt nicht nur die ganze Zeit an diesem Fakt da hängen das überrascht mich ja hier die Taverne ne überrascht mich nicht geht es nämlich nicht weiter ich leck dir mal beschwören ja würde ich ja gerne äh Esel nö hat niemand angegriffen ich dachte schon ein paar Fässer müssen jetzt jedes einzelne zerschlagen ja klar hier komm nehmen wir den Zauber ich seh da noch das Ding hier im Weg so da haben wir einen Gesundheitstrank Mana Mana Gesundheit bla 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 ne hier gibt es wahrscheinlich ein paar Mana und Gesundheitstränke noch dachte ich oder auch nicht wäre ja zu schön um wahr zu sein na explodiert doch hallo das Spiel macht es mir aber auch nicht leicht es macht manchmal einem es nicht leicht ist zu mögen ich weiß nicht wie ich das damals mit meinem Kumpel so gerne zocken konnte wir haben das stundenlang gespielt jetzt wäre ich kirre wenn ich das in eine halbe Stunde spiel wir müssen da hinten lang bleibt nichts anderes übrig überall Sackgassen ne wir müssen da müssen wir jetzt durch und ihr mit durch schläfBI hier es tut mir leid gesundheits tränke immerhin aber eigentlich ist auch keine lust nur irgendwie groß reden zu schwingen hier war das ne alli ging es nicht mehr weiter sind wir im kreis gelaufen ja es war da dann gehst du mal machst hier so und du das ding halt nein oh nein nee 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 ich hoffe so klappt es nicht dass wir dann noch mal quer und rüber müssen über alles so dann so aber dann steht hier keiner mehr warte mal haben wir den jetzt hier doch so klappt es gott sei dank ich dachte schon wir müssen wieder den ganzen weg von vorne gehen sorry kein buch auf deine story es ist doch was für furzköpfe hier was ist das für ein bogen hier sieht schön aus hui ausgeprägter bogen des bogen bogen so jetzt sind wir gleich wieder da an der stelle wo wir waren genau und die folge ist auch gleich wieder um kamen wir ja kamen wir ja wirklich sehr weit ne kamen wir ja wirklich sehr weit ich nehme jetzt einfach hier die spinnen wieder mit haben wir noch tränke im inventar ja aber ich kann es nicht alle verbrauchen das ist blöd wenn ich hier wirklich alle verbrauch haben wir nichts mehr wie mache ich das denn am besten erst mal die seite wie hier weil da hinten die dinge erreich ich ja nicht jetzt kommen erst mal alle weil sie mich sehen weil die dreckssäcke mich einfach sehen und die konnten aus der ferne schießen das ist es ja das ist ja das unfaire so jetzt geht das nicht wieder zurück wenn ich jetzt sterbe ist egal ich habe die spinnen erst mal auf meinem äh gott auf dem auf der platte da einfach keine ahnung so ich nehme doch keine heiltränke weil ich mich sparen muss wenn jetzt hier die leute sterben egal scheiß drauf so wieder schnell speichern einmal fahren wir noch rüber und einmal noch hin dann mache ich erst mal schluss mit der folge dann reicht es auch erst mal sind da noch spiders ne ne nur noch die nerven die können ja schon aus der ferne schießen das ist sowas von unfair und da ist noch der so jetzt kommt zack drauf wieder zurück kommt da was hallo ne kommt nichts dann nehmen wir es halt wieder und holen es zurück vielleicht noch da sind noch zwei ne eine spinne ist noch drauf zack so stirb na tut mir leid so weit sind wir jetzt nicht in der folge gekommen kann man nichts machen gibt es halt auch manchmal ne wieder so eine nervfolge tut mir leid also wir sehen uns dann in der nächsten ciao